In dieser Lektion will ich einen Überblick über Android Studio geben. Und zwar ist Android Studio so aufgebaut, dass es erst mal einen Mittelteil gibt, den man hier sieht. Das sind sozusagen die Tabs hier. Dieser innere Bereich ist hier wiederum in der Layout-Ansicht in verschiedene Ansichten gegliedert. Am besten sieht man das, wenn ich auf Java wechsle. Der Bereich, wo jetzt der Java-Code angezeigt wird, das ist der mittlere Bereich. An der Seite gibt es so Toolbars, die hier. Hier ist die von links, hier ist die unten und hier ist die rechts. Und die funktionieren so, dass man die ein- und ausklappen kann. Also das heißt, diese ausgewählte Projektansicht ist genau das, was man hier sieht. Die kann ich mal einklappen und dann habe ich vollbild meinen Java-Code. Normalerweise habe ich bei der Entwicklung persönlich die Projektansicht immer offen. Und wenn ich einen großen Bildschirm zur Verfügung habe, dann wähle ich hier in der Mitte die Split-Ansicht. Denn dann kann ich mehrere Dateien gleichzeitig offen haben. Und das ist zum Teil sehr praktisch, weil man meistens an mehreren Stellen Sachen ändern will. Und dann muss man sich nicht selber merken, in welcher Datei man noch Sachen ändern wollte. Die Projektstruktur, die wir hier sehen, entspricht nicht hundertprozentig der Dateistruktur des Projekts. Ich kann gerade mal die Dateistruktur aufmachen. Das ist die hier. Und wir sehen, es gibt hier auch den App-Ordner. Unter dem App-Ordner gibt es dann aber zum Beispiel kein Unterordner Manifests. Wenn wir hier gucken, was ist in Manifests drin, dann ist es die Android Manifest XML. Die liegt allerdings unter Source Main. Das heißt, was wir hier in der Projektansicht sehen, ist eine vereinfachte Ansicht. Und Android Studio versucht uns hier die Dateien, die es in unserem Projekt gibt, so anzuordnen, dass wir möglichst die geschickt zur Verfügung haben, möglichst wenig Klicks machen müssen, um an häufig genutzte Dateien zu kommen. Die eine Sache, die es zusammenzieht, das sind hier die Gradle-Scripts. Gradle ist das Bildsystem, was von Android Studio verwendet wird. Das ist aber theoretisch unabhängig von Android Studio und kann auch extern aufgerufen werden. Auf das Gradle-System gehe ich in einer der nächsten Lektionen nochmal im Detail ein. Hier nur so viel. Auf der Hauptebene des Projekts gibt es die Settings-Gradle. Die beschreibt, aus welchen Modulen unser Projekt besteht. Und aktuell besteht das nur aus einem einzigen Modul, nämlich unserer App. Und die App hat eine eigene Datei. Also die App, das ist also dieses Unterverzeichnis App, hat wiederum eine Build-Gradle und die wird verwendet, um dieses eine Modul namens App zu bauen. Ja, und hier sehe ich die verschiedenen Gradle-Dateien. Hier habe ich diese Haupt-Gradle-Datei, die einfach nur die Liste der Module enthält. Und hier habe ich dann die Build-Gradle, die tatsächlich dann auf Modulebene operiert. Die sind dazu da, um zu beschreiben, wie das Projekt gebaut wird. Darauf gehe ich, wie gesagt, in einer der nächsten Lektionen im Detail ein. Die braucht man üblicherweise nur, wenn man zum Beispiel Dependencies zum Projekt hinzufügt, irgendwelche externen Libraries sich reinzieht in sein Projekt. Hier oben haben wir die Ressourcen zusammengezogen. Wenn wir uns zum Beispiel noch den Res-Ordner angucken, dann ist hier, der Res-Ordner liegt eigentlich unter App-Source-Main-Res. Und hier gibt es zum Beispiel mehrere MIP-Map-Ordner, die alle dieselbe Datei iclauncher.png enthalten, die allerdings jeweils einen anderen Inhalt hat. Also die gleiche Grafik, aber in anderen Größen. Und die wurde hier auch zusammengezogen in so eine Struktur, die es einem ein bisschen erleichtert, den Überblick zu behalten bei den vielen Dateien, die es unter Android gibt. So, hier auf der anderen Seite interessiert eigentlich nur selten, aber gelegentlich interessiert es hier der Gradle-Tab. Der Gradle-Tab gibt die verschiedenen Tasks an, die ich unter Gradle ausführen kann. Und diese Tasks, das sind sogenannte Build-Targets. Das heißt also, das sind Ziele, die ich an Gradle übergeben kann, die versucht Gradle zu erreichen. Und hier zum Beispiel mit Assemble-Release würde ich meine App zusammenbauen, damit ich sie in den Play Store hochladen kann. Da ist allerdings die Frage, wie das mit der Signatur ist. Das heißt, wie das funktioniert, das gucken wir uns in einer viel späteren Lektion an. Und dann werden wir die App natürlich auch in den Play Store wirklich hochladen. So, was sehr häufig interessiert, ist hier unten der Android-Tab. Denn hier sehe ich die Nachrichten, die aus meinem Gerät ausgelesen wurden. Ja, ich habe also ein Nexus 5, wie man hier sieht, mit dem PC verbunden über USB. Und hier sehe ich eben genau die Nachrichten, die auf dem Gerät geloggt wurden. Und wenn meine App hier startet, dann sehe ich das hier auch verzeichnet. Und ich kann auch manuell natürlich Logging-Kommandos absetzen. Wenn ich hier zum Beispiel einfach System-Out-Printline schreibe, so wie es jeder Java-Programmierer wahrscheinlich gewöhnt ist, dann würde ich hier unten einen Eintrag sehen. Es gibt noch eine spezifischere Variante und zwar Log.d. Damit kann ich speziellere Einträge absetzen. D steht für Debug. Und damit würde ich hier auch eine schwarze Nachricht kriegen. Wenn ich hier E für Error verwende, dann würde ich so eine rote Nachricht kriegen. Das habe ich hier unten und das ist auch sehr hilfreich zum Debuggen. Ja, das ist die Übersicht. Wenn man hier eine Ansicht vermisst, dann kann man die meistens sich wiederholen über View-Tool-Windows. Hier hat man nochmal alle Ansichten aufgelistet. Damit kriegt man die wieder. Ja, was noch für Android-Entwicklung relevant ist, ist natürlich hier das Untermenü Android, wo der SDK-Manager aufrufbar ist. Und gelegentlich hier dieses Build-Kommando Make-Project. Denn gelegentlich merkt Android Studio nicht, dass wir bestimmte Fehler behoben haben, die es anmeckert. Und dann können wir mit Make-Project die Warnungen meistens loswerden. Und dann baut Android Studio nochmal das komplette Projekt. Ja, gut. Es gibt noch viele andere Funktionen. Eben zum Beispiel, wenn ich hier Klassen umbenennen will, dann geht das über das Refactor-Menü, über Rename. Dann könnte ich wirklich die Activity umbenennen. Und das ist eine sehr mächtige Funktion. Denn zum Beispiel im Android-Manifest war ja auch der Name der Activity referenziert. Und hier wurde es auch umbenannt. Eine normale Java-Entwicklungsumgebung hätte das so nicht hingekriegt. Im Übrigen ist das Shift-F6 die Funktionalität, da kann man das direkt umbenennen. Das braucht man relativ häufig.